Guten Abend, liebe Damen und Herren, wir freuen uns sehr, Sie bei unserem Konzert Romantik Pianen zu begrüßen. Heute spielt unsere Klavierspielerin Violetta entspannende Musik für Sie. Das wird populäre, romantische Musik sein. Violetta hat 1991 die Stadtliche Kunstakademie in Kiev absolviert. Sie ist Dirigentin in des akademischen Chors von Glück. Sie hat mit einer Kapelle namens Riewinski zusammengearbeitet, sowie als Mitglied des Chors beim Nationalopenhauses. Sie spielt Flamier und singt Schöne Glieder. Auf der Stühle legen die Liste mit dem Thema Lied wieder. Genießen Sie die Musik und entspannen Sie sich. Danke schön. Schöne Glieder 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 Amen. 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 Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünschen schöner Abend bei uns heute. Dankeschön.